Direkt aus der Praxis. Der Gesundheitspodcast von Zürich Ost. Präsentiert von der Praxis am Bahnhof in Rütti. Mehr als eine Hausarztpraxis. Herzlich willkommen zu der zwölften und letzten Folge von Direkt aus der Praxis. Monat für Monat haben uns Spezialistinnen und Spezialisten von der Praxis am Bahnhof einen Einblick in ihr Stätigkeitsfeld gegeben. Und so ist der Betrieb in einem Ärztehaus näher gebracht. Bei jeder Erfolg dabei war, aber abseits von dem Mikrofon ist Karin Neuhaus. Die Kommunikations- und Marketingsverantwortliche ist in der Praxis am Bahnhof für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Was das genau bedeutet, das kann sie uns am besten gleich selber erklären. Frau Neuhaus, was versteckt sich denn alles hinter dem Begriff Öffentlichkeitsarbeit? Also zuerst einmal freue ich mich, dass ich ausnahmsweise heute vor dem Mikrofon und nicht einfach nur im Hintergrund bin. Jetzt darf ich das auch mal miterleben, wie sich meine vielen Vorredner und Vorrednerinnen gefühlt haben. Und um auf die Frage zurückzukommen, also mit der Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir in erster Linie langfristig ein positives Image aufzubauen. Und natürlich auch Vertrauen zu schaffen zwischen uns als Arztpraxis und der Bevölkerung. Und ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit ist sicher auch, dass wir Patienten und Bevölkerung über Neuigkeiten und Wichtigste aus unserer Praxis informieren möchten. Meistens sind das positive Sachen. Das kann aber durchaus mal sein oder gehört sogar auch dazu, dass wir auf Missstände aufmerksam machen müssen. Was sind denn da für Missstände, die in einer Praxis auftreten können? Also wir haben jetzt von nicht allzu langer Zeit, das war irgendwie August, September, unsere Patienten über den akut bestehenden Ärztenmangel, den wir im Moment haben, müssen informieren. Uns ist das vor allem aus diesem Grund wichtig sein, weil es für unsere Patienten natürlich auch zu längeren Wartezeiten gekommen ist im Wartezimmer. Aber auch bei der Terminvergabe hat es können sein, dass wir einfach ein bisschen länger als gewohnt haben müssen, dann auf einen neuen Termin warten. Da ist ein recht breites Aufgabenfeld, das Sie hier beschrieben haben. Was ist Ihre Aufgabe hier an der Praxis am Bahnhof? In erster Linie bin ich zuständig für alles Textliche, was nach aussen gelangt. Da gehören eben Inserat oder Zeitungsartikel dazu. Aber auch Textschreiben für unseren regelmässigen Blog, den wir auf der Webseite platziert haben. Und dann bestand, wo ich noch interne Papiere und Dokumente anpasse und bin auch Ansprechperson für alle Mediaschaffenden. Und ja, seit gut einem Jahr verantworte ich die Podcastserie, die auch zum Ziel hat, dass wir unsere wichtigen Fachbereiche und Schlüsselstellen der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können. Ganz allgemein gefragt, wieso ist es denn für den Ärztenhaus so wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Ich kann da jetzt einfach für uns reden. Also wir sind überzeugt, dass wir mit einer aktiven Kommunikation einen Vertrauensbrück schlagen können, zwischen unserer Praxis, dem, was wir machen und auch unseren Patienten und der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang steht der Vordergrund, dass wir darüber informieren, was bei uns gerade aktuell ist. Das kann zum Beispiel eine Info sein über einen neuen Spezialist oder eine neue Fachärztin, die bei uns ihre Tätigkeit aufnimmt. Dann können das auch Neuerungen sein, wie zum Beispiel die Online-Terminbuchung oder eine Online-Arztkonsultation, die wir ja anbieten. Und die Bewohner von Rüttüi, die können sich vielleicht noch an unseren grossen Umbau vor ein paar Jahren erinnern. Das war im Rahmen der Praxisvergrösserung. Und dort haben wir durch die Medien dann über die Bauarbeiten informiert. Wir sind also wirklich stetig im Wandel und wir möchten einfach unsere Patienten und all die, die sich interessiert, wissen lassen, was sich bei uns verändert. Zu der gesteigerten Öffentlichkeitsarbeit gehört es ja auch dazu, dass man auf vielen Online-Kanälen unterwegs ist und zwar auch erreichbar ist für die Patienten und Patienten. Und da wird ja auch vielfach gefordert, dass man rund um die Uhr erreichbar ist. Wie gehen Sie damit um, dass Anliegen und Beschwerden sofort beantwortet werden sollen von den Patienten und Patienten? Ist das überhaupt realistisch? Wir haben dank unserer Feedback-Möglichkeit via Webseite und dem Feedback-Formular, die man direkt in der Arztpraxis noch ausfüllen und abgeben kann. Wir haben gute Chancen sehr zeitnah auf Unzufriedenheiten und Anliegen reagieren können. Aber viele Bewertungen kommen auch per Google-Rezension zu uns. Und auch die nehmen wir natürlich sehr ernst. Und wenn die Bewertungen schlecht ausfallen, dann suchen wir immer seitens Patienten und auch seitens des behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärzte ins Gespräch, um die Situation bestmöglich aufzuklären. Es kann auch mal sein, dass wir eine schlechte Google-Rezession bekommen von einer Person, die noch gar nie in unserer Praxis als Patient oder Patientin in Behandlung war. Die hat sich also sozusagen einen kleinen Scherz erlebt, um ein Unternehmen schlecht zu machen. Und das ist dann natürlich sehr nervig. Und es ist auch aufwendig, solche Bewertungen wieder loszuwerden. Wir sind wirklich froh um jedes Feedback und gerade die negativen Rückmeldungen, die auch gerechtfertigt sind und der Wahrheit entsprechen. Die helfen uns natürlich ganz klar, uns zu verbessern. Wir versuchen auch wirklich aufgrund von diesen ganzen Bewertungen, unser Angebot anzupassen, soweit das möglich ist natürlich, und auch unsere Prozesse zu optimieren. Mit den Marketing-Massnahmen, die Sie und Ihr Team ergreifen, sollten einerseits bestehende Patientinnen und Patienten informiert, andererseits aber auch neu dazugewonnen werden. Welchen Spielraum hat man da? Weil grundsätzlich gilt ja ein ärztliches Werbeverbot. Genau, das stimmt. Also Ärzte und Ärztinnen stehen unter einem Werbeverbot. Sie dürfen und sollen aber informieren. Und zwar darüber, welche fachliche Qualifikationen Sie haben, was Ihren beruflichen Werdegang beinhaltet, wie die Sprechstunde zum Beispiel von der Arztpraxis gestaltet ist, ob Sie neue Patienten aufnehmen, wie es aussieht mit einer allfälligen Belegarzt-Tätigkeit, die für viele Personen wichtig ist, falls ein Spitalaufenthalt ansteht, dann bei welchen ärztlichen Vereinigungen Sie Mitglied sind und natürlich auch wie Ihr gesamtes Dienstleistungsangebot aussieht. Also wer sich an die zulässigen Bestimmungen haltet und die auch für Patienteninformationen nutzt, hat grundsätzlich trotz Werbeverbot viele Möglichkeiten. Und wie setzt denn da die Praxis am Bahnhof konkret um? Also wir von der Praxis am Bahnhof, wir haben nebst dem Praxislogo, einer professionellen Webseite, pflegte Drucksachen wie Briefpapier und Couvert, Praxisflyer, Patienteninformationen, Praxisschilder im Aussen- und im Innenbereich, schön gestaltete Praxisräumlichkeiten und Einträge oder Publikationen in gedruckten und elektronischen Medien, auch schon Gebrauch gemacht von Einladungen zum Tag der offenen Türen, zum Beispiel, wo wir diese grosse Praxisneueröffnung hatten, dann haben wir schon Publikumsvorträge gemacht mit interessanten Themen wie beispielsweise Kinderwunsch und wir haben ab und zu einen Eintrag in öffentlichen Verzeichnissen. Darum würde ich jetzt sagen, dass man mit dem durchdachten Marketingkonzept auch als Arztpraxis einen relativ grossen Spielraum hat. Das ist ja einiges, was Sie da unternehmen, was darf man denn nicht machen? Was verboten ist, das in erfundene oder nicht sachdienliche Hinweise und Angaben zu machen, was auch das Ansehen des Arztberufs einträchtigt. Ich kann das gerne auch noch ein bisschen konkreter beschreiben. Es ist im Prinzip einfach alles, was irreführend ist. Es ist auch alles, was einen Vergleich beinhaltet, so zum Beispiel von Nachher-Effekten oder Bilder. Dann Empfehlungen von Patienten oder wenn man sich mit der eigenen ärztlichen Tätigkeit in den Himmel hochlopft. Das ist auch nicht erlaubt. Und was man auch nicht darf, das sind einfach unrealistische Erwartungen wecken. Der Zürich-Ost-Gesundheits-Podcast direkt aus der Praxis wird präsentiert von der Praxis am Bahnhof in Rütti. Hausärzt und Spezialisten unter einem Dach. An 365 Tagen im Jahr von 8 bis 8. Dass der Unterschied zwischen der Werbung und der Information nicht immer ganz klar ist und auch andere Arztpraxen ganz genau darauf schauen, wie man seine Praxis aufmerksam macht. Das haben Sie vor ein paar Jahren erlebt. Dort haben Sie Plakate an den Bahnhöfen aufhängen lassen und das ist nicht überall so gut angekommen. Wie ist das genau abgelaufen? Genau, wir haben damals über Plakatfirma APG an den Bahnhöfen zwischen Zürich Hauptbahnhof bis auf Rütti eine Plakatkampagne lanciert, die wir auf unsere Öffnungszeiten und ganz konkret auf die Öffnungszeiten am Sonntag aufmerksam gemacht haben. Der Wortlaut auf den Plakaten war damals auch am Sonntag zum Arzt. Es wurde 365 Tage von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Das hat dann nicht allen Arztpraxen in unmittelbarer Bahnhofsnähe mit normaler Öffnungszeiten gepasst. Wir wurden dann gebeten, mit dem Schreiben, die Plakate bis zu einem bestimmten Datum zu entfernen. Weil aber zu diesem Zeitpunkt die Kampagne bereits beendet war und Plakate, die entfernt wurden, mussten wir hier nichts mehr umnehmen. Es war aber tatsächlich so, dass uns mit einer Geldstrafe im 5-stelligen Bereich drückt worden ist, wenn wir die Plakate nicht entfernen. Haben Sie denn mit den Plakaten etwas Verbotnisses gemacht? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben uns mit dieser Botschaft, die ich auch vorhin schon genannt habe, völlig an diese Vorgaben gehalten. Wir waren da wirklich im grünen Bereich und haben nichts gemacht, was wir nicht hätten dürfen. Und welche Konsequenzen haben Sie denn jetzt aus dem Fall gezogen? Wir schauen jetzt natürlich vermehrt darauf, wie wir etwas nach aussen kommunizieren. Und wie schon gesagt, wir halten uns selbstverständlich strikt an die entsprechenden Vorgaben. Und was wir auch noch machen, ist so ein bisschen den aktuellen Tenor in der Region versuchen, aus zu spüren. Das heisst, wir halten uns mit eventuell bereits planten Botschaften eher zurück, wenn wir merken, dass der Fokus so oder so schon stark auf unsere Praxis gerichtet ist. Aus welchen Gründen auch immer, dass das dann so ist. Zum Beispiel haben wir anfangs dieses Jahr unser Impfzentrum eröffnet. Wir haben das im Vorfeld auch an gewissen Medien mitteilt und es ist entsprechend darüber geschrieben worden. Und als wir dann gemerkt haben, dass das vielleicht nicht bei allen so gut ankam, haben wir unsere geplanten Marketingaktivitäten einfach um ein paar Wochen zurückgestellt. Wie reagieren denn ganz allgemein die privaten Personen auf die verstärkten Marketingmassnahmen von Gesundheitsinrichtungen? Also ich kann da einfach jetzt gerade von meinem privaten Umfeld sprechen. Die finden das durchaus interessant, wer mein Arbeitgeber ist, gerade weil halt eine Arztpraxis nicht unbedingt einem klassischen Unternehmen mit einer Marketingabteilung entspricht. Aber so negative Reaktionen von Privatpersonen auf unsere Werbemassnahmen haben wir jetzt eigentlich nur während der Corona-Pandemie erfahren. Wir haben dort ja zum Beispiel die Bevölkerung während dem Lockdown darauf hingewiesen, dass es trotzdem wichtig ist, zum Arzt zu gehen oder dass wir ein Test- und Impfzentrum haben. Und all das ist am einen oder anderen dann eher sauer aufgestossen. Uns ist vermehrt ein Profitgedanke unterstellt worden oder auch, dass wir Teil einer Verschwörungstheorie sind. Und das ist natürlich in keinster Weise gerechtfertigt gewesen. Im Gegenteil, uns ist es wirklich ein grosses Anliegen gewesen, all denen, die sich impfen lassen wollen, schnellstmöglich auch den Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen und auch eine hohe Testkapazität zur Verfügung stellen für all die, die sich halt regelmässig haben testen lassen. Und in Bezug auf Profitgear kann ich an dieser Stelle wirklich nur noch einmal sagen, wir haben das Impf- und das Testzentrum gerade einmal kostendeckend können führen. Wir haben also effektiv kein Gewinn erwirtschaften können, haben aber sehr, sehr viel organisatorischen Aufwand gehabt. Aber verstehen Sie denn auch, dass Ihre Arbeit kritisch hinterfragt, ich habe jetzt gerade Profitgedanke, wenn es um gesundheitliche Leistungen geht, die jeder Mann und jede Frau braucht? Ja, also sicher zu einem gewissen Grad verstehen wir das. Viele sehen halt so ein bisschen die Zusammenhänge von einem Gesundheitszentrum nicht und schauen den Arztberuf sehr isoliert an und dass es dann aus dieser Sicht nicht unbedingt die Werbung braucht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Für uns ist es halt einfach ein wichtiges Instrument, um die Bevölkerung zum einen auf unser breites Angebot aufmerksam zu machen, aber zum anderen auch um sie über die Vorteile, die so ein Gesundheitszentrum mit sich bringt, zu informieren. Also gerade die kurzen Wege, wenn es zum Beispiel um Zuweisungen geht, sind ein enormer Pluspunkt und das wissen einfach viele Personen nicht. Unsere Hausärzte können im Prinzip einen Patienten, wenn es nötig ist, direkt über die Strasse zu einem von unseren Spezialisten schicken. Und auch unsere ganze Ärzteschaft kann auf ein grosses Wissen aus vielen verschiedenen Fachbereichen zurückgreifen und um Rat zu fragen, wenn es nötig ist. Also so ein Gesundheitszentrum ist sozusagen für beide Seiten, der Patient und den Arzt, eine grosse Bereicherung und entsprechend sehen wir uns auch ein bisschen die Pflicht, darüber zu informieren. Was ist denn Ihr persönliches Gefühl? Ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, die Leute von der eigenen Praxis zu überzeugen? Vielleicht ist schwieriger das falsche Wort, aber heute sind sicher andere Faktoren wichtig, die vorher in diesem Ausmass nicht so relevant gewesen sind. Als passendes Stichwort würde ich da jetzt die Schnelllebigkeit in den Raum werfen. Es muss alles besser heute als morgen passieren und ein Termin möglichst innerhalb der kommenden paar Stunden frei sein. Glücklicherweise decken wir mit unseren Öffnungszeiten und auch mit der Walk-in-Praxis, wo man ja ohne Termin vorbeikommen kann, ein grosses Patientenbedürfnis bereits ab. Weil bei uns kann man ja effektiv an jedem Tag im Jahr, inklusive Samstag und Sonntag von morgen bis am Abend um 8 Uhr vorbeikommen. Das heisst, ein Arztbesuch kann durchaus auch mal sehr spontan sein und was für berufstätige Personen ein Pluspunkt ist, auch nach dem Arbeiten oder am Wochenende wahrgenommen werden. Was auch noch dazukommen ist in den letzten Jahren, ist meiner Meinung nach die Anonymität, die das Internet mit sich bringt. Dadurch kann man ohne nichts zum Beispiel eine schlechte Bewertung bei Google platzieren, wie ich bereits vorhin mal gesagt habe. Und nicht immer sind die Bewertungen gerechtfertigt. Die Rezensionen sind dann aber leider da und man kann sie auch nicht so schnell und einfach wieder löschen. Und das wiederum ist dann natürlich ein Hindernis zum neuen Patienten für sich gewinnen oder auch zum bestehenden Patienten behalten unter Umständen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, dass wir heute, gerade wegen dem Internet, viel mehr Möglichkeiten haben, unsere Informationen zu verbreiten. Ich denke da an unsere Social Media Kanäle oder die regelmässigen Newsletter-Versande, die wir machen. Aber auch da, der Newsletter wird lange noch nicht von allen Patienten angenommen und es kommt immer wieder vor, dass wir Personen aus der Mailing-Liste streichen müssen, weil sie diese Art von Informationen einfach nicht möchten. Haben sich dann auch die Ansprüche von den Patientinnen und Patienten verändert? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Ansprüche gross verändert haben. Es sind aber sicher einige dazukommen. Also früher war es, glaube ich, einfach wichtig, dass man einen Hausarzt hat und heute spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. So zum Beispiel Arztpraxis-Online-Termine anbieten, wo man dann halt eben am Wochenende den Arzttermin planen kann. Auch wie die Öffnungszeiten sind, welche Bewertungen den Arzt oder die Ärztin hat, ob es Parkplätze direkt vor Ort gibt oder generell wie die Erreichbarkeit ist und so weiter. Wir stellen jetzt hier in der Praxis auch fest, dass es enorm wichtig ist, wie die Harmonie zwischen Arzt und Patient ist. Es gibt Patienten, die möchten wirklich immer zum gleichen Arzt oder zur gleichen Ärztin und bei anderen spielt das überhaupt keine Rolle. Hauptsache, es gibt einen zeitnahen Termin und die Kompetenz stimmt. Es sind also beeinflussbare, aber auch eben wenig beeinflussbare Faktoren relevant und die sind dann auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Genau das macht das Ganze sicher nicht so einfach und es bringt auf jeden Fall auch die eine oder andere Herausforderung mit sich. Ja und dann schauen wir doch noch ein bisschen voraus, mit welcher neue Marketingmethode wir werden in Zukunft über die Angebote von einer Arztpraxis informiert. Gibt es da schon bestimmte Trends? Wir versuchen immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was Kommunikationstrends angeht. Auch die gängigen sozialen Medien die pflegen wir. Da haben wir immer mal wieder Beiträge auf Facebook oder LinkedIn oder jetzt auch der Podcast der läuft ja auf YouTube oder Spotify. Was wir im Moment nicht machen sind TikToks, aber wer weiss vielleicht springen wir irgendwann auch auf den Zug auf. Wichtig bei uns ist sicher, dass wir neue Trends auf Herz und Nieren prüfen und auch schauen, ob der Trend mit unseren Werten und auch mit der Marketingstrategie kompatibel ist und sinnvoll kann umgesetzt werden, weil einfach jeder Trend mitmachen, das ist sicher nicht in unserem Sinn. Und ich bin da ein bisschen der Meinung, manchmal ist es besser, ganz nach dem Motto weniger ist mehr zu leben und in dem Sinn, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Dann hoffe ich, dass das für Sie und Ihre Praxis weiterhin so gut klappt. Und wie gesagt, ist das jetzt die letzte Folge von unserem Podcast gewesen. Ich hoffe, es ist für Sie und auch für die Hörerinnen und Hörer genauso spannend gewesen, wie es da für mich war. Darum nochmal ein herzliches Dankeschön für den interessanten Einblick und weiterhin viel Erfolg. Das war direkt aus der Praxis, der Gesundheitspodcast von Zürich Ost, präsentiert von der Praxis am Bahnhof in Rütti. Eine neue Folge erscheint immer am 1. Freitag im Monat. Weitere Ausgaben findet ihr auf zürichost.ch slash podcast podcast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017